Einen wunderschönen guten Tag nach Lusch, brusche ich alle, herzlich hier wieder zur nächsten Folge von Victoria 2. Wir sind ja mittlerweile bei Folge 9 angekommen und ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht ganz so konstant die Videos erstelle, weil ich habe jetzt wieder ein paar Tage dazwischen gehabt, dass ich durchaus, wie soll ich sagen, die Videos mal hochbringen könnte. Ich glaube, ich fange nächstes damit an. Für euch ist das sowieso uninteressant. Weil ihr seht es ja jetzt, wenn, oder ihr seht es halt nicht. Ihr wisst, was ich meine. So, Parma, es ist seinerseits, okay, die hassen mich alle. Das liegt aber halt daran, weil wir mit denen schon im Krieg waren. Das Problem ist ja aktuell, was wir haben, Bayern. Wir müssen mal hoffen, dass wir den nächsten Mal runtergeprügelt bekommen. Und wir müssen Frankreich nebenbei noch den Krieg erklären. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr. Waffenruhe besteht nicht mehr, oder ist das nur aus meiner Sicht so? Nein, okay. Also, der ist verbündet mit der Schweiz, Sizilien, Sardinien. Also, das ist erstmal vollkommen egal. Das russische Zarenreich. Das ist ein Problem, weil der hat 120 Divisionen. Auf Level 9. 13. Da sind wir aber gut was voraus. Ah, der jetzt nicht. Und der Brite. 9. Ich würde sagen, wir müssen dann jetzt mal kurz hier auf die Seite gut ein paar Truppenverbände schieben und uns nochmal schnell zwei Armeen zusammenschustern. Ich würde sagen, so 8. Dann machen wir hier nochmal. Da haben wir ein bisschen Aufklärung bei. Oder 10. Ne, holen wir uns lieber nochmal zweimal Artillerie. Weil wenn wir nämlich mobilisieren, was wir wahrscheinlich für diesen Krieg tun müssen. Hä, Moment. Okay, wir fungieren schon im Kriegsgrund. Alles klar. So. Ich würde sagen, die Truppenverbände sollten auf jeweils auf den Seiten reichen. Erstmal. Hoffe ich zumindest. Hier müssen wir verteidigen und nicht wirklich angreifen. Und da müssen wir angreifen. Mission für Frankreich. Ja, ist okay. Da sind wir am Ausbauen. Müssen auf jeden Fall ein bisschen technologisch weiter vorauskommen. Du gehst mal Rebellen unterdrücken. Das ist ja... Ja, so. Okay, die machen wir auch direkt platt. Ist okay. So, wir haben jetzt hier verschiedene Wahlrechtsmethoden. Brauche ich eine Wahlrechtsbewegung, eine sichere Arbeitssatz, Mindestlohn, Wahlrechtsbewegung. Okay, Wahlrecht. 12%. 12%. Oh, meinetwegen. Direkt da. Ist recht unproblematisch für mich. So, die Clipper Convice, die Wahlen beginnen. Die mussten wir ja, glaube ich, einführen. Aber... Ich wollte kurz was prüfen. Gibt's hier irgendwo Probleme? Scheint mir nicht so zu sein. Okay, dann wirst... Ah, okay. Parma. Jetzt kriege ich dann Parma. Versuche ich auf meine Seite zu holen. Verbessern die Beziehungen auf jeden Fall mal mit denen, damit das leichter geht. Der Brit ist... Cool. Ah, das wird ein Problem da unten geben. Äh, die Toskana. Ich bin da jetzt ausgewiesen worden, oder was? Ähm. Zivilisiert gegen unzivilisiert. Infamy, zu viele Bündnisse. Ja, 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 ist okay. Ah, ja, schreibt den Osmanen noch auf meiner Seite, ne? Spannung in Posen. Natürlich nicht. Ist mir vollkommen egal. Das Land bleibt meins. Ähm. Wo liegt nochmal Posen? Ich bin mir grad unsicher. Posen, Böhmen. Das war mein Ich hier irgendwo. Da. Wusste ich's doch. Norddeutschland und Polen. Okay. Ähm. Planwirtschaft. Lesesphäre. Hab ich keinen Bock drauf. Interventionismus. Da bin ich eigentlich ganz okay mit. Du bist verbündet mit Russland und Österreich. Schutzmacht von Bali. Mit Spanien auch verbündet. Belgien. Okay. Eigentlich Spanien auf meine Seite zu holen, wäre auch nicht verkehrt. Könnte man versuchen, so mal in Angriff zu nehmen, nenne ich's jetzt mal. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz rein. Der Kriegsgrund ist in 30 Tagen fertig. Und der Russe macht mir immer noch Sorgen. Schutzmacht. Ist mit Frankreich, Niederlande und Krakau verbündet. Du, die Schweiz, die Schweiz ist halt, ja, ist lächerlich, ne? Okay. Also, wir kriegen Brasilien, Ottomanen, Serbien. Serbien ist uninteressant. Württemberg, ja. Bayern ist interessant bei dabei. Schweden auch. Den auch in England. England brauchen wir auf jeden Fall dabei. Äh, sonst würde das eine mittlere Katastrophe gehen, geben, gehen, geben, wie auch immer. Äh, den will ich eigentlich gar nicht dabei haben. Oh. Der Serbien kann ich gerne ausbauen. Wie geht's denn eigentlich deiner Industrie? Der geht's gut. Okay. Ähm. 16. 21. Aber der kriegt sein Ding nicht ausgebaut, ne? Bayern? Das verstehe ich nicht, ne? Der ist so richtig industriell. Den bräuchten wir wirklich mal auf unserer Seite. Egal. Wir können jetzt Kriege erklären. Ich würde gerne in die Region erobern. Elsass-Lothring. Gucken wir mal. Es gibt keinen, der nicht akzeptieren würde. Hurra, Patriotismus ist auf jeden Fall dabei. Wollen wir uns in den Krieg stürzen? Eigentlich gibt es nichts, was dagegen spricht, ne? Wir bauen mal ein paar Kriegsschiffe. Und noch mal ein paar Transporter. Ähm. Und wir werden die hier versammeln. Ähm. Ich überlege gerade. Nö. Eigentlich spricht nichts dagegen. So. Region erobern. Elsass-Lothringen. Damit ich das schneller bekomme. Bündnisse zu Hilfe holen. Und Angriff. Okay. Armeen. Punktverteidigung. Pionier-Unterstützung. Bringt mir jetzt nicht so viel Eingraben vor. Okay. Armee-Organisation. Das hilft mir auf jeden Fall. Ja, das werden wir uns holen. Weil die Forst werden wir eh nicht gebaut bekommen. So. Wir sind mit... Können wir das eigentlich lieber irgendwo anders sehen? Das ist eigentlich mal eine interessante Frage. Beziehungen. Ah. So. Oh. Ne. Ne. So sehen wir es nicht. Konflikte. Ah. So sehen wir es auch nicht. Diplomatie. Ah. So sehe ich es. Okay. Du bist dabei. Du bist dabei. Du bist dabei. Du bist nicht dabei. Du bist nicht in der Band. So. Bist verbindet mit Peru und ich bin Schutzmacht. Und du würdest kein... Wegen der Infamilie-Regierungsart. Okay. Kolumbien. Okay. So viele Großmachtsbündnisse. England. Ah. Mexiko wäre vielleicht noch interessant. Irgendwann mal. Aber. Hilft eh alles nichts. Okay. Also dann wollen wir auf jeden Fall mal reinmarschieren. Und ich werde jetzt nicht so oft permanent Pause machen. Das macht halt keinen Sinn einfach. Ähm. So. Dann gehst du nach da. Du ziehst mal nach hier nach. Weil es hilft ja auch nicht, wenn wir die ganze Zeit nur, ähm... Alles erobern wollen. So. Wir ziehen... Ah. Da haben wir doch schon mal ein paar Truppen, die wir bekämpfen können. Ah. Das ist doch schon mal hervorragend. So. Da kommen böse Schiffe, die wir nicht bekämpfen können. Da kommt aber die britische Flotte. Die regelt. Die regelt auf jeden Fall. Ähm. Andererseits. Wir können rein, ne? Das macht keinen Sinn jetzt nicht einfach reinzugehen, nur weil wir nicht reingehen wollen. Und da habe ich eine andere Idee. Okay. Mhm. Aber das ging dir... Der Franzose ist jetzt gegen die halbe Welt im Krieg. Einfach nur wegen England. Der kann da durchmarschieren, die Sau. Ah, ich kann noch... Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. Das... Ähm... Ich kann direkt Kriegsziele noch hinzufügen. Kann ich das auch hier? Oh. Da werden hier diese polnischen Gebiete, die wären interessant, ne? Ich kann direkt was hinzufügen. Die polnischen Gebiete... Also Älser-Slotringen ist natürlich sehr wichtig für uns. Keine Frage. Aber das alles andere ist als französisch komplett. Haben wir überhaupt nichts von. Da haben wir ein paar Deutsche drin. Hier diese Gebiete, ne? Also Wilpolski oder das da. Ja, bin ich okay mit. Welten wir machen. Wilpolski. Region Europ. Freies Volk. Polen. Befreit das Land. Polen. Dann hätten wir einen Polen auf der rechten Seite. Und den Russen geschwächt. Wollen wir den Russen schwächen? Das ist die Frage. Okay. Oder wollen wir lieber den Franzosen schwächen? Malagaskar zu befreien klingt eigentlich auch nicht so verkehrt. Aber eigentlich hilft uns das Null weiter, ne? Wenn ich jetzt hier was hinzufüge, Patz, an der Sonne. Aber dann müssten wir das auch halt erobern, sonst tickt es nicht voran. Reduziert die Weltgärtung verbotenes Aushebensverluste von 50% ihrer Truppen über 5 Jahre. Erniedrigen. Können wir ein bisschen Prestige an der Niedrigen. Gute Frage. Nächste Frage. Ein Ziel sollte ich auf jeden Fall noch hinzufügen. Oder ich erober es einfach. Ah, ich glaube, ich erober es einfach. Wie heißt das Ding hier? Wilk-Sklob-Ski irgendwie sowas. Region erobern. Andererseits, wenn ich das erober, dann hasst mich der Russe. Wollen wir es mit dem Russen uns verscherzen? Ja. Ich gucke jetzt auf jeden Fall noch da. Ja. Ich muss über den Süden theoretisch... Ah, da sind Truppen. Okay. Da sind böse Truppen, die Bräuble kämpfen müssen. Du gehst mal auf jeden Fall nach hier. Das machen wir mal so. Das müssen wir gleich jetzt mal bekämpfen. Und die laufen jetzt mal hier mit nach da unten. Okay, das ist jetzt ein Massaker. Das ist unproblematisch. So, Toscana kann ich jetzt verbessern. Das gefällt mir. Komm, geht da mal durch. Äh, so. Die russischen Truppen sind ja nicht besonders stark. Darum können wir da eigentlich gut gegenarbeiten. Hä? Wo willst du hin? Ah, ne, da. Habe ich einen Bündnispartner verloren? Habe ich einen Bündnispartner verloren? Warum sollte ich die Truppen nicht annehmen? So, okay. Da kämpfen wir. Da kämpfen die, da kämpfen wir. Äh, dann rücken wir mal weiter in Russland rein. Aber es hilft halt echt nicht wirklich viel. Weil bevor wir da irgendwie effektiv was erreichen, äh, vergehen Jahre. So, du gehst nach da. Okay, du gehst nach da. Äh, okay. Das ist ein Problem. Dann gehst du mal da rein. Dann gehst du auch noch da rein. Aber das sind ja nur 50.000 Mann vom Gegner. Das sehe ich als sehr, sehr unproblematisch an. Okay. Wow. So, das haben wir beobert. Dann können wir da weiter. Können wir da weiter. So, dann kann ich hier hingehen und, äh, Beziehungen verbessern mit Parma. Und der Toskana. Machen wir so den hier. Und du gehst mal nach da. Und dann würde ich mal ganz gerne noch hingehen. Und dann würde ich mal ganz gerne noch hingehen. Und, äh, weil die brauchen wir für unsere Armeen. Ähm, Fabriken. Ähm, die Stoffdinger sind, ja. So, das ist okay. Ähm, wir haben die Konservativen an der Macht. Wir können dadurch keine Fabriken bauen. Genau. Lassen wir mal so. Es ist losdrehen und wir erobern das. Ja, das ist okay. Dann müssen wir jetzt nicht weiterkämpfen. Wir müssen uns jetzt nicht beide ruinieren. Dann, ist ja klar, wer gewonnen hat. Äh, ich habe auch kein Interesse daran, ihn komplett zu massakrieren und unsere Truppen zu massakrieren. Das sind einfach nur Tote, die wir nicht gebrauchen können. So. Äh, da wir nun die Kontrolle über die französischen Funken, blablabla. Kohlmaun benannt, Straßburg, wir sind Straßburg ungenannt. Ja. Sehr gut. Süddeutsch, deutsch. Bis auf hier in Metz ist alles so ziemlich deutsch. Das ist schon mal schön. Was habe ich denn eigentlich hier für Fabriken stehen in Elsass? Ähm. Namentechnisch, so. Wow, eine Papierfabrik. Das ist genau die Fabrik, die ich haben wollte. Licht. Das mit Bayern ärgert mich. Oh, jetzt muss ich dem demnächst wieder auf die Nase hauen. Ach, okay, und der ist nicht mit mir verbündet. Deshalb kann ich mich mit Marokko verbünden. Okay, verstehe. Wie kriege ich den effektiv runter, ohne ihn zu verprügeln? Osnabrück. Das ist jetzt aber nicht so dramatisch. Okay, die habe ich abgefangen, habe ich wahrscheinlich abgezogen, weil sie schneller fertig waren. Freihandel ist mir egal, aber Antimilitär geht gar nicht. Die werden gar nicht verkehrt. Ähm, Marine... Wir könnten theoretisch Dampfschiffswerf bauen, ja. Theoretisch... Theoretisch, ja, Maschinengewehrausrüstung brauchen wir. Anlässlich, das hier brauchen wir. Dafür brauchen wir... Wirtschaftliche Verantwortung, Marinologistik. Wirtschaftliche Verantwortung... Ja. Weil ich will Kolonien... Toskana... Okay... Dann baut mal weiter Schiffe... Oh... Ne, baut mal nicht weiter Schiffe. Ne, baut mal nicht weiter Schiffe. So, ja, ein bisschen Geld muss man nämlich noch reinbekommen. Parma... Nehmen wir gerne an. Okay... Was mit Bayern? Das macht mir noch Sorgen. Vielleicht regelt sich das von selber noch. Okay. Wir importieren Schnaps. Okay, das ist eigentlich ungewöhnlich. Warum müssen wir Schnaps importieren? Ähm... Ja, Prio da drauf. Ah, gucke mal. Da sind wir jetzt schon mal hier, ne? Ähm... Eine Fabrik am Hochziehen für Schnaps. Aber Alkohol produzieren wir echt verdammt wenig. Wir decken unseren eigenen Bedarf nicht. Okay... Moment... Wir decken unseren eigenen Bedarf nicht. Okay, Wein schon. Hm, das ist auch gut. Das ist auch gut. Luxuskleidung ist okay. Papier... Gut, sehen wir zu viel. Ja, das ist so egal. Aber das... Oh. Okay, das ist interessant, dass wir nicht genügend Getreide produzieren. Okay, aber wir haben doch grad sogar Getreide-Dinger erobert, oder? Ne, tatsächlich... Doch, da. Ja. Aber gut, das ist jetzt nicht wirklich viel. Wir hätten sogar zwei Regionen nehmen müssen. Dann hätten wir doch noch gut mehr Getreide reinbekommen. Na gut. Ist nicht schlimm. Aber wir hätten jetzt hier keine Punkte mehr übrig gehabt zum Thema Infamie, um das zu bewerkstelligen. Ich bräuchte halt ganz dringend hier diese bayerischen Gebiete. Weil da ist ganz gut Getreide drin. Ich weiß grad nicht, ob hier Getreide ist. Ja, auch ein bisschen. Also eigentlich bräuchten wir Süddeutschland. Um das halt ein bisschen besser voranzutreiben... Okay, Beziehungen verbessern. Äh, Spanien, genau. Hm, die Weltrangliste stört mich grad ein bisschen. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr freut euch auf die nächste Folge. Wir müssen uns mal ein bisschen was hier überlegen mit... Ah, wohl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ist raus. Er ist drin. Das ist ein Problem. Guangxi. Ist neunter? Kann der überhaupt neunter sein? Kann er nicht. Ähm... Darum ist Bayern noch achter und das siebte... Ah, das ist ja eine mittelmäßige Katastrophe. Belgien wird ein Bündnis mit mir. Werden wir annehmen. Werden wir annehmen. Wir gehen einfach nur aus dem Hintergrund, dass der ein guter Bündnispartner bzw. Positionierung zu Frankreich ist. Wir müssen aber dann den Österreicher wieder auf die Fresse geben. Wenn wir den Österreicher hauen, dann rutscht der Bayer wieder nach oben. Das ist dann auch nicht so das, was ich will. Ja... Da muss ich mal drüber nachdenken. Wie wir das ein bisschen regeln. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.